Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zum neuen Short Video auf meinem Kanal. In diesem Video wollen wir uns angucken, welche drei Items ihr euch für die Dinare des Kartells als Bluttodesritter kauft. Die Händler stehen, wenn die erste Quest fertig ist, neben der großen Schatzkammer in Oribos. Item Nummer 1, wer hätte es gedacht, der Hammer des ersten Richters vom Kerkermeister. Als Trinket wählt ihr die Seele eines alten Kriegers Stärke Trinket mit Haste Buff von ursprünglich Sylvanas. Und Item Nummer 3 ist die reaktive Verteidigungsmatrix aus dem Sanktum der Herrscher vom Wächter der Ersten. Damit danke fürs Zusehen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Reingehauen.